Bei Brandeinsätzen, insbesondere wenn sich noch Personen im Gebäude befinden, kommt es für uns auf jede Sekunde an. Aufgrund von Studien wurde festgestellt, dass eine vom Brandrauch eingeschlossene Person spätestens nach 13 Minuten gerettet werden muss. Aufgrund dessen wurden für uns Hilfsfristen festgelegt, die besagen, dass wir spätestens nach 8 Minuten an jedem Brandort eintreffen müssen. Deswegen ist es für uns besonders wichtig, schnellstmöglich an der Einsatzstelle einzutreffen und vor Ort an der Einsatzstelle unsere Maßnahmen so schnell und so professionell wie möglich durchführen zu können. Diejenigen, die täglich für unsere Sicherheit einstehen, haben den Respekt und den Rückhalt unserer Gesellschaft verdient. Respekt, ja bitte.